Oh ja, hier oben haben wir aufgehört und jetzt die Sonne unternehmen, gut. Dann rühre ich am Abend an. Ich habe hier von Nägel gemacht. Dann mal ab ins Bett. Ja, dann müssen wir auch mal, und dann werden wir wahrscheinlich auch noch mal zu, woanders hinziehen. Auch noch ein neues Haus brauchen. So viel anfangen. Wenn wir da ein paar Level drüber sind, dann sind wir 25 Level 30 zu, können wir da mal langsam und vorsichtig in diese Gebiete dort drüben waren. Da sind wir halt schon mal reingestellt und da gab es halt, da waren ja die ganzen... Die haben halt alle... Das schwächste Pal hatte nur 15 Level 15 oder so. Da waren wir... Da müssen wir noch ein bisschen... Ich würde hier die Küste noch mal ein bisschen erforschen. Da waren wir hier ein paar Stellen, glaube ich noch nicht. Ansonsten mal hier in die Richtung. Da geht es auch noch um den Kristenstrand und hier vielleicht. Ich meine in die Richtung, wenn wir jetzt schon gehen. Da sind wir ganz in der Nähe. Und warum eigentlich nicht? Da sind sie gleich noch was zu... zu bauen oder zu... zu kraften. Ich glaube, das hatten wir auch alles schon. Das können wir noch nicht... Obwohl ein Tiki-Bauteil haben wir. Metallbarem Palium okay. Dann können wir den Safter mal hochstellen. Hier ein paar Paliumbruchstücke drin. Metallbarem. Das ist Metall, das ist hier wirklich eine Sache. Ich nehme erst mal Metall abbauen. Es ist wahrscheinlich schlecht, dass wir schon... ein bisschen beladen sind der preis von unterwegs verdammt und wie ich den damen ich hoffe das macht uns nicht alle Ein paar Sphären haben wir, wenn er kommt, schön, wenn wir gut rein gehst. Nein, verdammt, ich habe mir zu viel drauf gehauen. So, dann wollen wir den ab. Ein bisschen Merz für das Eisen. Du steppst jetzt von den Gegenständen wieder rum. Den kenne ich doch schon. Ich habe wieder Blödsinn mit dem Traum. Blödsinn. Blödsinn. Das ist der Dyer. 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 Das können wir dann mit dem Safter mal nicht verwerten. Oh, stopp. Wir setzen uns noch ein bisschen. Dyer. Das ist der Dyer. Das ist der Dyer. Das ist der Dyer. Können die ja klappen. Und da geht's mit 100%. Wenn wir dann von den Soten, die wir als 10 gefangen haben, dann können wir die für den Softer nutzen. Ich hoffe das ist was der den Softer kann. Ein paar Artenbruchstücke, die zählen brauche ich noch nicht irgendwo in den Kisten. Hier ist noch einer. Ich weiß nicht ob die nicht gezählt werden, aber wahrscheinlich schon. Das hier kann ich mal ablegen hier. Was wir im Lager haben wird gleich nicht gezählt, wie wir im Lager sind. Die Gigasphäre ist eigentlich blöd, dass wir die mit haben. Was haben wir hier ausgebuchtet? Ach das haben wir schon. Das ist Nummer 2. Wir brauchen jetzt so wenig Zeit. Und das ist toll, aber... Dann verstehe ich, wie das Tag aufgebessert wird. Cool, Metall waren wir noch mal durch zusammen. Sollte ich mal ein bisschen Parding abbauen. Das ist jetzt hier irgendwo eine Küste. Ich würde es eher an der Küste wetten. Er hat schon den durch ihre Weppen. Da drüben sehe ich doch schon was. An diesen Tiefstück noch mal weitergehen. An den schöneren Ozean. Unsere unglaublichen Ausdauer. wir gehen um den strand lang den radiumbruchstück haben wir genügend dann sehen wir auch das was im lager gut gezählt wird und zack, nur noch ein pfund der sorte wenn wir den preis auf der ach so viel fangen gibt es auch ein bisschen was hier mal den kürzesten weg so viel dazu krass dich über ein sichtbarer wender ruf und dann fallen wir wieder so wie sieht es aus perfekt die wanderer nicht mehr durch können da drüben gab es eine plattform hier oben können wir einiges machen dann klicken wir in den betten ich glaube der steht ein bisschen schräg oder was weiß schaffen es die anderen zu helfen oder das wäre ja schon schön schnell gebaut ich glaube ich muss das alleine machen ja es sind jetzt sehr sehr interessante filmbogen und sonst so wenn die sachen halt auch noch und die passen hinkommen warte ich habe eine idee vielleicht noch nicht zu dungers vielleicht aber auch schon und wenn wir maßnahmen damit die immer hoch kommen wir können es wahrscheinlich nicht bauen weil tja gute idee schlechte durchführung na dann vielleicht kommt ja mal jemand zum beispiel der mensch dort hier patrouille läuft zweitkündigen die zeit verkürzen wir können da noch so einen preis in der box irgendwas machen ich habe keine ahnung was dieser den saftere hin ich kann doch raten ich lasse mich überraschen den namen her irgendwas mit ja vielleicht die preis in saften wahrscheinlich irgendwie jemandem wahrscheinlich irgendwie das paar der preis ein bisschen mündes scheint ist als ob er nachlässig ist das ist modi das ist das ist mein depressum das muss so ich kann wahrscheinlich diesen prallsaft irgendwo daraus pressen aus ein paar preis die man nicht braucht oder so ich hoffe ich kann das die toten preis die man nicht fangen können dann glaube ich aber nicht sind knapp zwei minuten das war ein riesiges teil hier mal schauen wie es aussieht und schattlich ist und versucht mich herzusehen wie der brotschutz gewohnt ist keine minute mehr das wird oben der decke wird hier noch zu dann kommt 10 9 8 10 6 5 5 4 3 2 1 fächer mein ok 3 2 2 2 2 1 1 ok 3 2 3 3 2 1 2 3 3 4 4 4 9 10 10 10 11 10 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 18 Inwiefern ist jetzt ein Stern oder was, oder nicht? Ach, hier, die haben jetzt jetzt ein Stern, das ist jetzt ein Stern am Ball. Können wir jetzt hier, gerade die, die wir auch im Team haben, können noch mehrere damit fangen. Jetzt geht man noch nicht auf, wenn wir noch zu viele haben. Und dann können wir es noch weiterleben, das ist okay, die wir auch. Ich habe noch einen Lampal. dann können wir das was wir auswählen können wir andere und drei weiteren können das verstärken oder das ganz gewiss noch nicht aber okay wieder mit mit drei opfern ein nichts verstärken wir haben wir doch jetzt schon 34 auch nie wird gesetzt noch viel weiter oder was und das soll dass man oben überfallen mensch ist thema fangen fangen können ich schaue mal so hoch ins kern kommen Ich bin weg von denen, oder was? Ich bin hungrig. Man frisst die herum. Sind die jetzt schon im Lager, oder was? Scheint, sonst bin ich in die Falsch Richtung gerannt. Level 5, oje. Ein paar sind gut im Kämpfen. Vielleicht verletzt. Wenn ich den ganzen Spaß verpasst. Schade. Was bauen wir für das? Fünf Metall bauen. Es muss doch machbar sein. Schade. Schade. Ist der Fuchs noch hilft? oder mache ich das alleine hier? Steht hinter der Mauer und gefällt es durch die Mauer? Ja, natürlich. Richtig Boden. Ich kann hier gar nichts mitmachen. Das habe ich vorhin getan. Hm, Fleischerei. Das dauert für ewig. Na, so ewig auch nicht. Nicht so wie der Palenzafter. Das müssen wir dann irgendwann, wahrscheinlich schon sehr bald, mit der Abbauung ein neues Gebiet ziehen. Jetzt können wir Paisrapp schlachten, statt sie zu strechen. Und unsere Team. Sieht mir zu oft aus Versehen passieren. Ich habe einen Angriff. Hier hat wir einen. Okay, das ist noch nichts. Was ausgerüstet ist. Die Gegend hat man die optimale Straftat. Das Team holen. Wir müssen aktiv in der Hand halten, wenn wir was... Nicht das falsche Paar töten. Streicheln füttern. Okay. So viel dazu. Wenn du den Preis schlachten kannst. Wenn du es ausgerüstet hast, ändert sich die Strecke zu schlachten. Und die Schlacht ist für immer weg. Aber... Es geht nur mit gutem Preis, die ich lieb habe. Was? Oder wie? Wie... Was ist das denn? Was ist das denn? Ich kann auch mal Teil der Kontrolle, die noch einsteiger Befestigung anbaut. Was ist das denn? Ich kann auch nicht das nur schon immer überенная, aber auch immer. Ich kann auch nicht das, einfach kein Start. но ich kann um lauter dranbleiben, weil ich auch immer wieder sein. mit rekundus ich sollte mal einmal ausprobieren nicht dass das normal machen würde ach du schande das ist zensiertes ok dann dumm was geschlachtet wozu soll das gut sein es ging mit 10 preis was sollte man sowas tun gut das sollte für 5 eisen ausgegeben haben so jetzt werde ich mal in diese richtung hier da waren wir wahrscheinlich noch nicht 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 von mir an dem Busch-Dob-Normer Fits wenig hier drüben ist das doch wieder nach dem buskampf aus mann wann auch nie was haben wir hier keine preis sehen okay Okay So good here, we're down to Heft extents Okay 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 Wird das noch ein Lammelrest Stoffengdreißig, das wird nur noch nicht Sollten eigentlich keine Passung greifen wie soweit Wenn bei uns runter wir sind Das ist ein bisschen Ach verdammt Alles fangen Wird zwei wildere Die sind doch jetzt schon fast an Und jetzt Jetzt sterben die hier Mist Das abbrechen hat noch nie geklappt Ich habe den Reischen gefangen Ich habe den Reischen gefangen Ah, ich habe noch ein Bild reingefangen Schüppsch Schüppsch Ein Schnellreisepunkt Kommt ja auch irgendwann entsapften Wahrscheinlich eher nicht Ach verdammt Ich dachte, wir haben noch wildere ab Und jetzt habe ich auch gleich schon 10 Wenn die gute entsapft hat Ich habe noch mal Ich habe noch mal irgendwo Und dann habe ich noch eine Platte gesehen Ah ja, hier Ich weiß nicht, was es da legendäres gibt Ich habe noch mal Die Sphäre der Kühnheit Level 23 Auffall Wie ist das? Kommen wir später noch mal hin Ja, dort ist die Insel dort Da waren wir noch gar nicht Das sollten wir mal Kunden jetzt haben wir auch hier ein Checkpoint Ein bisschen wohl liegt hier rum Gehüber muss Ach verdammt man Die Waffen sind zu stark Was haben wir denn da? das ist nicht nach lange das ist ein Feuerfuchs aus vielleicht mit deren Weiterentwicklung Ubi da ist Pahl das zweite von der Seite Cheekpie die können auch schon entsaften fülle ich neue Landschaften hier ein neues Gebiet zu dicht am Start dran Papier und Sammeln hier wenn wir vorbeilaufen ach fülle ich zu schwach zu schwach weh ich ausweichen hier ist nicht ich lebe mir auf da kommen sie noch mal Rests bescheuert hier anzugreifen die 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 Das Ding noch mal ein bisschen schneller fertig werden. Und das Ödem und die Pals 4 irgendwie nix, dann können wir mit jedem Pals fangen, was uns begegnet. Müssen kann ich mir überlegen, für was wir die Pals 4 rausgeben. Ich muss hier auch schon 10. 8. Ja, komm. das noch 10 von den haben wir hier das küken das schaf und der das hunderschaf und das katzen und das pokémon geht sich hier noch mal richtig hoch und komplett neue inseln und mit den anfangfangs preis hier also bis auf und gerade so zwei die ich hier schon zwei neuen bisher auch nicht so spektakulär das andere maus brüttet das ist jetzt gar nicht so klug noch bei uns im lager die talung vollstopfen ist gar nicht so toll es ist nun starten Das wäre jetzt auch ein schöner Ort zum Hausbauen, für die richtig große Weitefläche. Also wenn, dann würde ich wieder in diese Richtung bauen, um nur ein Gebiet und das ist die Statue. Jetzt haben wir hier wieder zu viel Marmoristen in der Gegend, ne das ist wirklich scheiße. Jetzt bauen wir das Auto rein. Ich werde nicht darüber feindlich den hier. Hilf mir, ich will hier weg, das war ein richtig fürchterlicher Tal und diese furchtbaren Zähne. Kann man das denn jetzt überhaupt nicht fangen. Vielleicht gesucht von der W40 Legern, so ein Scheiß. Soll ich nicht mit dem Jandain. Und da haben wir sofort. Ich werde auch eine Rüstung geben. Vergiss es. Jetzt sind wir danach nicht mal warm sitzen. Von Jandain war nach dem Tod. Das Schöne ist, das war jetzt auch hier nicht die Sachen von Jandain. Da fliegt ein Kausch aus dem Himmel. Ich werde schon die Läge gehen, so. Ich werde die Läge gehen, so. Ich werde die Läge gehen, so. Oh, das ist ja. Koffer ist doch ein Bosses. Ich habe nicht viel mehr. Ein Ausblick. Da drüben waren wir überall noch nicht. Interessant. Um viel gibt es nicht zu sehen, aber... NOSPY haben wir schon gefunden. Jetzt können wir hier auch hin schnell reisen. 10. Die schnellen langen Rast. Das ist ja ein Safter, der hier komplett nichts ins Bild passt. Das war die Richtung. Ja. Das ist ein Stein. Das haben wir genügend. Das war's. Das war's. Das war's. Nummer 10. Yay. Hier mal ne Kiste. Schwach Medizin. Ach ne. Das war's. 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 Oh, ein Händler. Das war's. Oha. Verkauf Pals. Ein Kopf. Ein Kopf. Fing. Das war's. Ich muss dabei. Das können wir preis verkaufen. Oha. Ja. Ähm. Dann wäre es mit einem. Körner. Und den hier. Ey. Ich verkauf hier gerade. Ich handle. Oha. Ich habe jetzt ein Kopf. Oha. Sama, das gibt es doch nicht. Welche empfehlen das an den Zamenböken? Das macht man aber nicht. So ein Unartiges ist wahrscheinlich auch. Was ist denn davon? Was ist zu wandern? Um Haar, beim Plan. Hasen-Ohen-Haar-Walf. Tucka-Tucko-Hoot. Gumbo-Soot-Panking-Hoot. Ich habe es aber noch nicht herausgefunden, wie man diese Dinge baut. Und dann fängt das mal aus. Ich weiß nicht mehr, da leben wir was. Können wir was versuchen. Und dann fängt das mal an. Und dann fängt das mal an. Und dann fängt das mal an. Ach so, verdammt. Ich kann das gar nicht fahren. Und dann fängt das mal an. Die jetzt zu besiegen. Vielleicht da die Welle ausgehen für. Ich bin so einen Wann-Wanted. Die HP nimmt nicht mit. Ich bin jetzt nicht gemetzt. Also. Ach verdammt! Ich hätte etwas gekriegt. Das ist ja mal nice gewesen. Was freilfst du denn? Machen wir was an. Oha. Was sind wir hier? Da waren wir doch noch gar nicht. Ich kann mal einsteigen. Ach scheiße. Da will ich auch nicht fallen lassen. Ich höre mir nur mal sehr schnell den Safepunt hier. Bevor ich abgemetzelt werde. Ich kann mich verfolgen bis hier unten. Wahrscheinlich ja. Ich habe schon ein bisschen Stara verfolgt. Ich bin zweifelig besucht bis ich abgenutzt werde. Na komm, dann hol ich mich. Dimensionen, oder was? Woher fahrst du? Verdies dich ein bisschen. Ich finde es mal so, dass ich da mit davon kommt. Dann bin ich mit dem nächsten Checkpoints tot. Hier haben wir ein paar Frags. Verdammt, ich meine Frag. Warum mit dem Ball? Ich habe noch 112. Es muss irgendwo noch einer sein, der da drüben. Das ist auch noch irgendwie nach Wien oder so. Ich will mal einen Light Swing noch ran. Ich will mal eine Trätsnirgendwann. Oh yeah, das ist eine Perfecchung. Dann fangen wir ran, fangen wir ran auf den Meter. Ist gut im Kampf. Wo ist das? Nicht getroffen. Na komm. Sehr schön. Nice Pal, cool. Müssen wir mal das Team mitnehmen. Das war eine echt starke Kämpferkarte. Ich müsste mal nur, wenn wir sehr früh in der Willen schaffen, irgendwie einmal den Rest zu machen, dann haben wir... Pff, deswegen habe ich es am Anfang poliert und das Spiel einfach geschlagen. Und nochmal das Team Team haben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin bescheuert. Was ist das? Oh nein. Ich habe zu viel Kriegstein mit mir rum. Das Ton nimmt zu und ich noch nicht brauche. Die haben Zweifel, wenn die Steinen loswerden. Was ist das? Was ist das? Ich habe jetzt schon ein Spiel mit einem... Das ist noch dämlich. Ich bin mit dem Frieden beilgefangen. Das ist auch dumm. Ich muss sammeln hier ein paar Bilder an. Ach ne toll. Na komm. 5 und 10. Ich sehe den HP-Belken von denen gar nicht. Oh damn, all das. Fuck. Ah. Hier noch eine Kirche. Nur ein Statum. Hab noch nicht geniht. Oh, ich hab hier drei. Das würde ich mal machen hier. Wie sieht es hier aus. Angriff hier. Ich spiele auch mal gut. Aber es steckt mit dem Level. Wie man vorher auf Angriff ist es nicht mehr geht. So viel brauche ich dafür. Hier kann ich noch ein bisschen angriffen. Da bin. Das sind die Seelen, die war. doch noch mal. Also ich habe hier. Ich hab mir das gemacht. Ich spiele zwei Buchständer. Das wird auch. Ja, ich spiele zwei. Das wird etwas mehr. Das ist viel Fleisch. das chickpea flash sind von hier ist noch eine halbe welt da drüben kommen wir dann aber wahrscheinlich schon langsam das krieg hier und wird es dann ein bisschen schwerer verdammt ich will doch keine items sammeln ich will die fangen da rüber müssen wir noch mal das wird auch noch mal durchsendlich am strand lang ich glaube die weiterentwicklung dieses nicht wirklich gibt es aber so wie hier ich meine da war schon kampfstücken wir dann erst um wieder ein neues gebiet kommen sich ein paar ein paar nege essen oder was hier ist das meer ziemlich flach können wir durchlaufen waffenbruch 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 das waffenbruch 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 Niemand von denen aber. Jetzt fangen wir noch den Tiefhund. Da wird zwölf, den könnte ich kriegen. Zwei sind ein bisschen hart. Warum darf man noch einen Griff voraus? Aber ich habe glaube ich keine anderen mehr. Über die Ballen. Was hat mit dem Untergrund passiert? Nein, nicht duken. Gefangen. Ein Waffenkorb. Das ist befürchtet. Wir können hier rein, bevor ich abgemetzelt werde. Was eine Enttäuschung. Was? Ach, verdammt. Ach, Schande. Ich habe eine Enttäuschung hier. Hätte ich mehr fangen können. Und jetzt sind wir uns da dazu. In dem Waffenbruch. Und das ahnt wird. Was? Ich habe das da auch schon. Ich seh das baute, aber ich war dafür. vielleicht neue die fernbus der nähe sich nicht doch mal noch böken und die musketen ganz wichtig immer wieder aber das kann man dann für starke noch mal das kommt sowieso erst noch später haben wir das hier schon ich setze steinmauzeit sucht fahren wir oben durch sind teilrüstung eine pistole dann mach ich mal erst mal hier vielleicht schießpräger brauchen wir dann auch wird bei der herstellung von kugeln ist treiburgeln benötigt die herstellung wird hochwertige werkwände benötigt ich mache das mal sicherheitshalber zement feuerheizung schaukäfig ausstehende von der pranz und werden wieder das sind einfach eingekistelt unsinn die dringendung dass man mitnehmen noch ein bisschen was wirken mitnehmen jetzt haben wir uns freigeschaltet muss dann dann habe ich dann haben wir das mega angst und ich bin eigentlich nicht gebraucht aber freigeschaltet zum ersten schusswaffe interessant und hexenrot mit Osterhasen mit Teilbanken brauchen wir gar nicht so viele mit einem So, wo ist mein Feuer? Wo bist du mit? Arbeit zu weisen, mach! Verdammt, hab ich es nicht tun sollen. Oh, ah! Eine Schutzwand brauchen wir jetzt hier nicht wirklich. Trennungsruppe. Können wir die mal hinstellen? Ich spreche hier jetzt mal rum. Okay. 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 Ich bin mit ihr Ballast hier. Sehr schön. das ist eine kronone bauen ne kronone können wir doch nicht brauchen wir natürlich auch Metall für aber ist meine Hexenmut das bauen wir für die Kummer wird sich gar nicht angezeigt muskete hochwertiges prallen und vielmengen Metallbauen bist du auch hier angezeigt wir glauben wir es noch nicht können wir haben hier wir haben hier das können wir auch dazu weisen mit aufgeben aber du kannst doch das doch handwerk nach das war mein preis nicht an diesem patch das rausgenommen dass man ihn dann nicht mehr fangen kann und die wilderin fangen jetzt können sie hier du kannst es ganz bestimmt ist hier kratzen ist wahrscheinlich schon fertig da drüben Verteidigung 20, so muss das. Jetzt sind die Hasen umführen wert. Nummer 3, 12 mal Stoff. Und für den Hexen mit Balken, passt zwar gar nicht zu dem, das Gechenrot führt, aber passt zum Charakter. Als es ihm gehankt hat, ist das Spielfigur hier. Hey. Ich hole noch Verstärkung. Nicht mitmachen. Ey, ich muss ihn nicht auswechseln. Kann nur einer hier helfen. Jetzt doch nicht. Ich bin drei, zwei, drei. Ich bin zwei, drei, drei. Ich bin ein paar Jahre alt und so. Ich bin zwei, fünf fünf. Die ist eine Kunde von Ostern. ist fast deswegen tragen wir es heute mal bei ostern ist ab nächstes mal den nächsten hut hier haben wir zwar noch nicht alles gekundelt aber hier hinten müssen auch mal und vielleicht versuche ich mal was dummes weil ich mache hier die ganze zeit schon dumme ideen nicht mal der angriff ich bin hungrig wir greifen mich jetzt hier an wir haben wieder so ein waschauer haben wir jetzt alle vier wie ist die abhauen oder was mit dem das rohde mit angeboten hat mal ein paar wildere für die sammlung schon was verdienen wir in den saft bekommen manchmal klappt es nicht immer hier wird 2 genau bestimmt verdammt ich mache jetzt etwas beklopptes wieder hoch und versuche den post zu machen ausrüstung ist eigentlich gerade repariert auch verteidigung durch die hasenohren wieviel von dem wir schon haben vier alles entdeckt uns schon das wird zu tierisch schief gehen ja 2008 und das können wir eigentlich nicht so dumm anstellen wir stellen uns nicht mal ein das ist das ding jetzt bin helfer Ich brenne. Hitze resistenten Rüstung. Das war schon das Fernrooots Ding hier. Ich muss mal was essen. Ich hoffe, dass dann ein bisschen wieder heile. Das kommt gleich an. Ausrechnen hier. Ich weiß, dass wir erst mal kämpfen lassen. Oh nein. Ich weiß, dass wir noch etwas machen. Oh, das ist ein guter Charme. Ja, das machen wir noch tanzen. ich muss mich spannend damit einlöschen dann haben wir die kanone noch nicht mit zwölfter haben wir den schon interessant jetzt schon was aus hier wenn ich den gegner noch ein bisschen was essen Oh Gott. Ist sie weg. 100, das schaffen wir doch noch. Ich hatte doch noch 80, aber... Ah, Scheiße. So knapp vom Ziel. Das hatten wir fast. Da würde ich fast eine zweite Versuchung noch schaffen. Und das kriegen wir doch hin, oder nicht? Das gibt es ja noch nicht, aber... Dann kriegen wir auch gleich nochmal das hier. Ich muss erstmal noch trainieren wahrscheinlich. Ich muss jetzt mal tun, wer das Fox Bugs austauschen. So ein Ruby. Wir haben uns doch einen Nightwing gemolt. Oder nicht. Hier haben wir schon. Wir dürfen den Bildern. Nightwing wird reizen. Das ist zwar noch ein bisschen leveln, aber... Wir nehmen jemanden aus. Eigentlich würde ich da mal ausnehmen, weil... wir nehmen. Wir haben zwei Brunnenangreifer. So war ein... Da ist der Luft noch ein bisschen ein. Das Team muss jetzt mal ein bisschen ausruhen. Die nächsten 10 Minuten. Ich bin froh, dass wir dann in den Kampf schicken. Nightwing möchte ich ein bisschen trainieren. Das ist auch noch 4 bis 20 Minuten. Das war jetzt schon ziemlich stark. Hier kann man noch nicht so wirklich weit. So, sekundig. Ich trinke mal einen Schluck. Klingt mir süchtig. Ich trinke mal einen Schluck. Klingt mir süchtig. Da ist noch ein ganzer shiny anwesend. Schlimmes Pahl. Ich glaube, er hat noch schon mal eins. Oder das zweite. Oh, oh, das endet tödlich hier. Hab ich es gesagt? Jetzt haben wir das Shani wahrscheinlich verpasst. Wir waren durch den Lampenballen. Also, wer braucht's? Shani Lampenball. Was für ein Schwachsinn. Und ich mach den selben Fehler nochmal. Dieser Stream ist heute wirklich bescheuert. Ist wirklich hier... Seht ihr von mir schon gewohnt? So ist man auf jeden Fall schon. Und... 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 So ist man auf jeden Fall schon. Etappenweise. Schwebt das Ei da in der Luft? Scheint mir fast so. Etappen in der Luft. Es sollte auf einem Vorsprung stehen. Und der Vorsprung ist nicht geladen. Schaut mal. Schaut mal ein bisschen hoch. Natürlich nicht. Ja. Es sieht auch so aus, als wäre das ein geladener Unterwund zu machen. Ich habe nicht gedacht, das zu entwickeln. Ich dachte, das würde ich mal auf... äh... Hauptsache, ich kann inspringen. Ich lasse nur das Ei. Wenn man ein Nightwing geschirrt hat, könnte man das umwandern und was fliegen. War aber noch nicht. Es bringt mich irgendwo anders um. Im ersten Wissen Kampf. Ich habe mir noch das Pal dort hinten. Das leuchtende. Das ist eine Start-Wood. Ich habe zu fangen. Ich habe schon eine Lampe. Die Level 6. Ich habe die Level 6. Ich habe den Preis das total. Ich habe noch 2 Schimal, bevor wir es fangen können. Ich habe noch 2 Schimal. Ich hätte vielleicht noch 2 Schimal. Wie gehen wir an den Schimal? Wir fangen die Schimal. Die Schimal. Und wir haben es getötet. Ich esse es heute wirklich in Situationen-Part. Und Schindle, Schindle Katria. Ich weiß jetzt noch, da kommt Fang von Cent. Wenigstens das eine. Verdammt. Ja, wer will denn Schindle? Schindle ging es hier. Oh, Wumpo Botan. Da ist ein weiterer Turm. Die Boswelt. Ja, ne. Die Boswelt ging noch mal aus dem Weg. Wollte ich zum nächsten Start und da mal zurückreisen. Das ist ein weiterer Turm. Und ich habe das Wasser. Das ist ein weiterer Turm. Dann war das. das ist getötet so ein scheiß keine Ahnung wer lernt ach wir haben jetzt auch das ich kann es wieder im inventar wird es irgendwie nein aus wir sind in der nacht hier insel gibt es jetzt keine zweite spielreise station ich sehe hier kommt noch was inzwischen ein paar seele inzwischen müssen ja noch wieder fit sein dass wir noch ein versuch mit dem kampf machen können immer durch für eine startung das ist eine sphäre steht wahrscheinlich genau auf der mitte schnellreisestatue haben wir irgendwie eine packe im inventar oder so hierher stehen wir gerade auch nicht wirklich welche die sonne auf bosskampf hier im schlafen machen das auch mal so ein ding hintergehen während er pennt hier nochmal ein bisschen verursacht ich weiß es nicht mehr was ist nicht mehr was ist immer noch ein was ist eine gewisse die sind die sind die sind nicht mehr die sind die sind ich kann das die sind Was ist das? Was ist das? Die Nacht auf die Reparatur. Das wird hier morgens. Ich hoffe, ich schlafe die Daydreams. Was war denn das jetzt gar nicht? Ich habe hier abgeprallt. Masiv. Ich habe hier ein Team, so ein Scheiß. Oh, eine neue. Ich habe noch gar nicht mehr. Oh. Ja, dingens. Ich merke es auch nicht. Gebener sind aber heute früher. Fuchs, wachs. Feuerdrüsen gehabt, Wahnsinn. Feuerdrüsen gehabt, Wahnsinn. Oh no. Oh no. Schnell weg hier. Ich will es noch zum Checkpoint schaffen. Das war eine Scheiß Idee. Ach so. Ja, ich habe es trotzdem noch hoch. So. Zum Lager. Super. Wie sieht es mit dem Team aus? Nightly muss zumindest schon... Level 15. Ähm. 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 Und nicht durch die Steine durchfahren. 50 Feuerlinge. Neue Punkte. Hier haben wir. Hier sehen wir ein Becken aus. Oh, Metallrüstung. Übrig. Metallrüstung. Springen von mir auf die Badewanne. Das Bett habe ich noch nicht gerichtet. Soll ich erst noch freischalten. Und mit Zuchtfahnen noch. Drehungsknippe sehe ich gerade nicht so. Stuhl, große Werkzeugkiste. Kann ich hier oben noch irgendwas aufräumen. Neigrenzettel, ja. Feld. Zementbukle auch immer. Das brauchen wir für die Rüstung. Metallbaren Stoff. Nehmen wir uns mal ein bisschen Metall wieder. Stoff dürfte nicht das Problem sein. das ist ein bisschen drin. Das ist alles in der Nähe von der Ömer. Nehmen wir es schon... ich wollte mal nach der rummeldung und wollte noch nicht haben hier ein kolleges prallen das ja wie müssen wir sagen was wichtiger ist die rüstung ich schau mal kurz achte das ist ja wüssten gebieten aber auch den erbruch so weit hinten wo man gar nicht sind und warum ist es noch nicht so fällig ist auf der map und für irgendwo hier so im gebiet darf ich das in die rüstung investieren erst mal mit dem sperrleben und weil ich mal wieder eisen ab den bus kriegen wir dann auch noch hin schon so knapp runter ich weiß nicht ob es noch reicht ich würde mir noch ein bisschen eisen abruhen shit der steine mit unserem unter dinge erst immer ich kann verbrauchen und dann brauchst du holst dann grüß keine kraften Nein, der Baseballschläger. Gute Arbeit geleistet, aber ich brauche doch auch eigentlich nicht mehr. Schwere Emotionen, die ich schmeiße jetzt weg und gehöre später. Und die kann ich auch aufbauen. Die Behrung, die ist mit der Medizin. Ich kann es um uns wieder aufbauen. fallen kann ich doch bestimmt auch, ja. Ich werde da nicht einfach fallen. Oha. Ich verstehe die Chance, dass wir ihn fangen. Nur 11. Komm halt nicht hoch zu dir. Ich werde jetzt eigentlich nicht den Kampf gegen den hier machen. Dann werden die wieder ausgepowert. Scheiße, Mann. Wo würde ich fangen? Um wenigstens die Gegenstände her. Wir hätten da Pads. Schlammschuss gelernt. Auch gut. Wir schleichen ganz lange. Du steckst jetzt hier eine Stellung hier rum. Ah, hier habe ich doch schnell 500 gelevelt. Irgendwas. Ich muss mal wieder die Tasche vergrößern. Am nächsten Level ab. Kann ich noch welche? Nein. Nein. Es ist ja scheißegal, wie viel Kapazität wir haben. Ich nehme mal mehr mit. Wenn es um das Eisener Boden geht, reizt das immer aus. Bis zum geht nicht mehr. Ich hebe noch etwas auf. Wenn es um die Langsame geht hier. Wenn es um die Langsame geht hier. Gebracht hat es nichts, dass ich das weggeschmissen habe. Ich würde mir wünschen, dass die da auf dem Boden bleiben lässt. Wenn ich Sachen aus dem Inventar ausschleißen, dass ich die einfach in die Landschaft verteile. Dann haben wir die Chance die noch irgendwann mal. Um die Möglichkeit nochmal wieder zu wohnen. Das ist schon durchaus möglich sein könnte. Ich muss nur ein bisschen Zungenmuffen schaffen. Mit das Eisner kleben. Kann ich nur um Stunden handeln. Was voller. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ziehe ich den Scheiß wieder auf. Ich würde ihn hier auflegen. Hungrig, aha. Kann es dann sein, dass wir hier zwei Feuerpaars haben? Ich würde da zahlen. Keine Feuer macht. Welches Paar? Mit der Rüstung sind wir auch schon mal gut dran. 30 Metall und da müssen noch ein bisschen mehr Metall werden. Da haben wir jetzt 16. Metall bauen, äh, sperren wir auch noch ein bisschen aus. Das ist auch besser dann. Haben wir nicht noch ein Aliments dabei? Noch hier mal ein bisschen was. Okay. 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 Dann sind 15. Sonst noch gut. Und der hier ist noch nicht despawned. ist. Und. Und. dann waren. Erzquellenproduktion. Wenn es die Endlich macht es dann die anderen. da. Oh. Blackton. Grüße. Grüße. Zurück. Willkommen. Stream. Du musst noch ein bisschen Erz. Ich baue hier. Ich baue hier ein bisschen Erz ab. Der Pirate. Ich baue hier ein bisschen Erz ab. Ich baue hier viel, viel viel Eisen. Es sind schon im Heisenzeit-Eat angekommen. Ach, ich stehe wieder ein Zeug mit hier rum. Ganz normal. Das ist eine Kiste. Ach, das ist verlockend hier. Wie geht es dann so bausam Wie geht es dir bausam Wie geht es dir bausam Keine Ahnung Meistens komme ich klar Irgendwie Ein bisschen kränke in den letzten Zeiten Viel Stress wenn man es am wenigsten braucht 30 Eisenbauern für die Eisenrüstung Macht Sinn Wir haben hier eine Hexenmütze Die Hexenmütze im Inventar Ich nehme mal hier bei Ostern Das habe ich hier die Hexenmütze auf 16 haben wir schon Die Hexenmütze Ja easy Wir sind die fertig sind Wir sind was zusammen Hungrig Aha Dann aber schnell Hoppla Ah hier haben wir noch nicht gefunden Ein Dreier Ne das mache ich jetzt mal nicht weil sonst ist der Ist der abgelenkt hier von dem Ist der abgelenkt hier von dem Was ist eigentlich mit unserem zweiten Feuerpal Du musst Denk gerne ab Jetzt haben wir zwei Feuerpals Wir werden nichts machen Wir werden nichts machen Mal ein bisschen Ausguck Machen Wohin soll ich das nicht da gefangen Wenn es nicht da ist Fuchsfax sehe ich hier Heißflin und munter Das Schöne wäre jetzt nicht ganz sehr hoch klettern Und zu verschwenden wir hier im Lagerplatz Das Pani da ist Das hier Habe ich noch nicht gesehen im Lager Arbeitet mich ist nicht da Dann Wie kann ich denn da sonst rein Was kann ich denn da sonst rein ein fadler können wir noch ein bisschen ein eggtier können wir noch reinpacken wir können noch ein bisschen holz abmachen du sollst mal weitermachen ja bitte was ähnelt sich für kühlung ist meine flasche gerutscht hier seit wann ist foxpacks für kühlung zuständig glaubt mein schwein ich habe mich gerade ein bisschen beschüttert hier mal kurz hier mal schlafen wer jetzt hier die feuersteller bedient und foxpacks auf eisprall und schuld hat da warst du das ist jedoch auf kühlung 60 wer auf kühlung ausgerichtet ist ja ich die ganze etwas anderes gemacht hier 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 du machst du bist jetzt für feuer zuständig hat nicht ich meine fressen die arbeitsmoral hier uns einbruch noch nicht nur noch mal in den kampf gehen jetzt mach die anderen drei kannst du später machen aber jetzt so hübsch sehr schön mit hellrüstung ist da mit zehn an ewig wo ist unser mensch ist wirklich etwas im kühlschrank findet die preis geben viel zu wenig dran irgendwie so milch und sowas musste musste im kühlschrank stellen damit es nicht verbirgt aber passiert auch nix und wir haben uns schon ein paar wildere gefangen das finde ich auch gut am besten ich glaube doch die milch haben sie gegessen stinke frucht ist ja noch ein bisschen da ich mal ein paar milch reingepackt was haben die gegessen und ich bin hungrig die höchste rustung fertig sind fein gemacht wilder das sind abhänger leben sexy wird immer das ausrösten ausrösten die rüstung noch mal in den kisten archivieren die anfangs kleidung irgendwie um die müsst ihr auch mal wegschmeißen so gekochte wären auch nicht mehr viel bären haben wir hier und da was brauchen wir zwar 500 raus mehr bären fahren wir bauen das ganz fleißig an so wie sieht die rüstung aus der rüstung oder neue kann auch nicht beschädigt sein ich habe dich nur noch ein bisschen ja dann können wir den bosskampf noch mal versuchen haben wir schon so ist zwar level 23 ich bin auch lebe 23 was haben wir das letzte mal so gut gemacht wir haben den schon auf irgendwas mit zwei stellen reich ich glaube wir haben das mit 90 oder 120 oder so hatte ich den schon runter das haben wir fast geschafft jetzt mit dem team hier jetzt habe ich noch neidring dazu geholt der kann aus der luft angreifen die t-geräusche auch immer guck mal wenn neidring sich jetzt gut schlägt im kampf und du noch dran bleibst bowser dann dann benächtigen glatt mal nach dir dann erst mal die kreis kämpfen lassen erst mal ausweichen die rüstung dürfte uns jetzt wieder ein bisschen was geben aber mal mal das mal den angriff ziehen so viel er wird und wie der dem schon was abzieht ist ja schon mal 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 Die Special Moves habe ich jetzt für die noch nicht so besonders, müssen wir auch nochmal den Sattel für den Krieger Oha, nicht gut Oh, Nightwing Die Würbelsturm-Etappen sind echt geil Ich fähle erstmal aus, das ist die beste Taptik Denke ich Ich muss meine Pals kämpfen lassen Dann wird ihn da gleich auch schon die Hälfte runter Wie sieht es aus, ist das Dune noch live Mit einem Kampf hier Oh, der frisst ziemlich viele Nightwing Oh nein Hat es aber gut geschnallen Ich werde noch langsam ein bisschen mit drauf Oh nein Mit einem Reinlaufen hier Oh nein Nein, ich hau wieder ab Wenn ich dann Schusswaffen habe, dann kann ich dann mit Ballon Aber ich habe vielleicht einen Bolzen noch drin Ich habe noch einen Ich habe noch einen Das ist ein Pantor-Punkter. Sieh. Uh-oh. Was, wieso wird's in den Stunkel beim Achter? Dann komm. Dann komm. was sie erster passiert ist nun untertreibung mehrere basse besiegt er hast du wahrscheinlich in diesem dungeon ein paar kann bis zu drei fähigkeiten ausgerüstet haben die fähigkeiten okay hier bauen oder was vielleicht nicht aber das geschafft sehr schön technik technologien für euch aber zwei sogar mal hier zurück das muss auch noch mal kunden schnell reise kommt das finde ich auch ein bisschen naja könnte man noch ein bisschen verbessern ist man auch unterwegs schnell reisen kann das ist hier mit dem fahrrad und hier die Schmierreise Station, Erseufdaten für die Poké, äh, für die Palen. Da haben wir es doch. So, dann werden wir die Chaos auf die Box legen, hier sind wir ein bisschen alles rum. Ich bin grundfähig, mit Frau Booty geht es noch ziemlich gut. Natering ist auch unwichtig, aber erstmal muss, wie ich versprochen habe. So. Das ist doch ein Platz im Team gefunden. Die Schusswand können wir leider noch nicht. Da brauchen wir erstmal diesen Bärenhundig, wenn wir das hier hochwertiges Prahlübel einsam aus irgendeinem Grund irgendwoher schon gekriegt. Ich muss das hier hochwertigen. Ich muss das hier hochwertigen. Ich muss das hier hochwertigen. Ich stehe nicht hier am Weg oder was? Jetzt hau ich mal ab. Und jetzt ist Phil. Jetzt fand ich ja die Bauteile, damit können wir was anfangen. Ich habe noch einiges zu viel, die gebaut hätte brauchten. Ich habe noch einiges zu tun. Okay. Wir fäten jetzt gerade nicht mehr ein, aber das sind gerade ein paar Dinge. Das brauchen wir, das brauchen wir dringend. Da ja wohl, das Zeltgeschirr ist auch ganz gut. Stoff und Metallwaren brauchen wir dafür auch nicht. Metallwaren brauchen wir jetzt so viel. Immer wieder herzappen. Schönen Tag, dass du wieder zurückkommst. Schön, dass du wieder zurückkommst. Ich weiß nicht, wenn man zu einem abgebaut ist, dass weg ist. Dass man das immer wieder kriegt. Ja, ja, ja schon. Diese Rüstung. Diese Rüstung. Die Ohrchen. Also ganz ernst nehmen sollte man das Spiel sowieso nicht. Ein fahrende Händler. Man kann jetzt keine Händler mehr fangen, das ist scheiße. Also irgendwie mit einem Patch, glaube ich, geändert. Da prallen einfach die Piles wieder ab. Aber man kann sich hier, wie man sieht, die Wildarten anfangen. Die Wildarten anfangen. Die Wildarten anfangen. Wir wollen mit den Fuchs des Bugs und PLAY Erinalten anfangen. Schlimm, wenn sie mit den Pinden anfangen haben. Arbeitet nicht mehr. Besserprage, wie sind die Jungs zeigt? habe ihr Bei mir own Pisa flüchtet. Sachen gibt es. Wir sind hier. mal ein paar preis zu mann saften die hühnerkuchen saften und wir haben doch den scheinen und das könnte hier mal verstärken und das schritt dann war nicht dass das was für die nage unterwegs ist nicht mehr schenken hier hin durch größe einfach das ist der unterschied 15 mc noch dass Ich bin von Unipend. Ah. Mordi arbeitet auch nachts. Das sieht jetzt mit dem Teampreis aus. Wir haben uns wieder aufholt. Inzwischen auf Level 20. Dann werde ich auch mal pennen gehen. Das Haus ist ein bisschen dumm gebaut, aber so ist es. Beim nächsten Haus nehme ich mir mehr Platz. Obwohl das Haus ist, glaube ich, immer gleich groß. Ob man eine riesige Fläche hat. Das ist dann immer... Der Radio ist immer sehr klein geschwind. Gehe ich aber irgendwo dann auf eine große Fläche, wo es dann... Wo dann Platz ist. Wenn hier nicht so was im Weg ist. Wo dann... Ob ich es ausbauen kann. Wenn Mauern hier... Da können wir vielleicht schon... ...settel machen. Können wir. Das dauert wieder eine Ewigkeit. Da steht nicht weit draußen. Zwingen die Leute da nicht rein. Ich muss das selber machen. Ich muss das selber machen. Das ist super spannend hier gerade. Verständlich, dass man da ruhig wird. Verständlich, dass man da ruhig ist, dass man da ruhig ist, dass man da ruhig ist. Verständlich, dass man da ruhig ist. Das nächste Stück Eisen. Vielleicht kann ich irgendwo den mal hier rein holen. Ist das zu groß zum Tragen oder? Und Modi kann auch Handwerk. Kann ich das aufheben? Festo arbeitest super gerne im Steinbau. Ich weiß doch, dass du einen weg kannst. Da hat nicht... Das ist so cool. Okay, jetzt kommen wir zu der Ritzkohlebauten. Und das reicht dann nicht mehr. Dann brauche ich noch ein bisschen Eisen. Eisen. Das müssen wir hier machen. Ich nehme auf wenighip. Dann mache ich noch ein paar Hände. Das macht auch ein bisschen dick. Da, ich nehme die Hände in der Hand. Dann mache ich das. Ich nehme das. Ich nehme es einfach Lern. das war der händler diesmal überlegt jetzt haben wir genau 0,1 zu wenig also zwei minuten können wir ran trinken mit straubkorn mehr und super laden Drehbomben oder was? Zwei Bomben jetzt noch. Dann können wir das letzte noch. Das letzte nicht, aber... Das Nightwink, das Bescheifix. Das Mordi. Nein. So, hier. Äh, was? Das wollte ich nicht. Ein paar sind krank. Die haben wir noch über die Medizin. Das kann ich auch noch ein bisschen erstellen. Die Medizin für Dorn. Die Kämpfe sind peinlich verrichtet worden. Die Medizin. Die Medizin. Die Medizin. Die Medizin. Das war ein wirkliches Gues. Was kannst du tun? Titeln von Handzwerfen. Jetzt mal hier, probiere ich die Färben. Die Pox-Fox-Fox ist fertig geworden. Mit einer Flasche zu schrumpen mit einer Hand. Mit einer Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche zu schrumpen. Die Flasche zu schrumpen mit einer Flasche. Wir müssen auf den Turm gehen. Musst aber den Turm wieder freisch halten. Die wir aufpasst haben. Am Schluss. das sind ja mal und um das sind die karts dann ist man mal hin. Ich hoffe, das funktioniert. Wo ist der Turm? Wenn wir jetzt den besiegt haben, einfach... Oh Gott, nein! Klingt aus da, oder was? Ich bin runtergefallen, weil wir schon nach vorne gegangen sind. Ah, hier. Sehr schön. Tiefer. Und nicht absteigen. Ah, sehr schön. Ja, bitte. Jetzt haben wir den Turm hier freigeschaltet. Können wir uns auch mal die anderen Türme freischalten? Wir haben ihn zwar noch nicht besiegt, aber... Können wir oben drauf fliegen. Und da müssen wir noch... ein bisschen erkunden, und hier... Wenn wir dann mal so Level 25 bis 30 so irgendwie dann... versuchen... versuchen... um das neue Gewicht dort umlaufen zu gehen. Da waren halt... erst mal versucht, da rein zu gehen. Da ist halt Pals mit Level 20. Da traue ich mir nicht reinwillig. Wie, dass ich da will bin. Wie, dass ich da will bin. Mal langsam. Wir sind ja mit 23. Die Pals auch so langsam. Können wir... im nächsten Stream vielleicht schon mal versuchen... weiter zu gehen. Joa. Gut, doch, Abend hier. Das war noch ein interessantes Ton. Wir haben einen Bossgänger gemacht. Hier, wo wir jetzt... noch ein bisschen dort erkunden. Am Strand. Wir haben uns mit dem Feindern angelegt. Mehrfach von der Polizei. Und so, da hatten wir ab dem letzten Form... eine echt dumme Entscheidung getan. Hier ein Safter gebaut. Was auch mal dieser Anzafter bringt, macht nur ein Tal und stärker. Jetzt können wir ein Marmeladenbrötchen machen. Das ist übrigens kein Brötchen, das ist ein Toast. Marmeladenbrötchen ist was anderes. Marmeladenbrötchen würde gehen, naja, aber auch nicht wirklich Marmeladenbrötchen. Wenn der Honig drauf gemacht wird, wäre es perfekt. Marmeladenbrötchen und Honig. Mindestens damals dachte ich es wäre gerne Marmeladenbrötchen und Honig. Wer macht es weiter? Natürlich. Und wer wird es schon machen? Tja. Dann wäre es nicht eine Mission für das nächste Mal des Vondaments. Und das nächste Gebiet vorbehalten. Dann können wir da vielleicht das Öl sammeln, was wir für die... für das nächste Gebiet brauchen. Für die Waffe, für die... nicht für das Blut, sondern für die Wunder. Die nächste Stärkewaffe. So, wir haben einen schönen Aussichtspunkt. Am Dach. Oh, getroffen. Das tut so nahe, sobald du uns klarkommst. Und preislich angreifen. Interessant ist, ob die den Scharfschützen machen können. Das kommt gar nicht. Trotz gar nicht hoch hier. Tja. Na gut. Hier kommt man ein bisschen Bücherregal. Auf geht's. das ist rechts dort unten und abgehauen naja dann würde ich mal sagen dann fürs zuschauen wir reden jetzt noch wohin schon mal während meiner follow ist noch gleich fest noch ein wenig von mir bekommt und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich am tor wieder so war das tier of two suns ich habe auch nie wo ich euch jetzt hinweigen kann ich weiß nicht wie lange der noch live ist ich wollte euch mal zur zwerg rüber zum spiel der zwerg ja erstmal schickt ihr ab in den endcard dann bereiten wir die rate vor mache euch nämlich noch ein bisschen soundtrack dann so der plan ab in den endcard und ab in den rate